Hi, hi Leute! Eure Pokémon-Lady aus Lübeck ist wieder am Start! Heute mit einem endgeilen Produkt, und zwar dem ersten richtigen Produkt aus der Pokémon-Go-Reihe. Man sieht sie schon. Geh mal bitte zur Seite, Kani-Mani. Es ist die Top-Trainer-Box. Es ist ein bisschen ein Meme in sich selbst, wie ich finde, weil normalerweise sind diese schönen Stücke ja im Moment mit so das letzte, was immer kommt. Astral-Glanz. Aber hey, sie ist da und wir haben Bock reinzuschauen. Also ich würde mal sagen, let's go! Dann schauen wir doch mal direkt rein in das gute Stück. So sieht sie aus, der starre Blick. Wie immer hinten drauf was drin ist. Oftmals sind es 8, hier sind es 10 Booster-Packs, die drin sind. Die obligatorischen Höhen, Energiekarten etc. pp. Ja, schauen wir doch mal. Der erste Schlitze wird gemacht. So. Episch! Oh, wie süß! Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Wie cool ist das denn? Mega-Sweet! Ja, die Pokémon-Go-Vibes sind definitiv da, Leute. Hier ist die Box und wir öffnen. Das hier ist der Inhalt. Oh, leider gebogen. Was ist denn hier los? Finde ich jetzt nicht so schön. Unsere Mewtwo-Karte. Trotzdem eine geile Promo, muss man jetzt mal sagen. Die lässt sich sehen. Aber guck mal! Ah, nicht so ganz schön. Das gucken wir uns mal nicht an, weil das wird ja ein Gewinnspiel, Leute. Deshalb ganz kurz vorab. Das, was ihr hier seht, könnte euers sein. Wir schauen hier einmal rein, bevor wir uns an die Booster machen, denn das sind unsere Hits, Leute. Darauf haben wir Bock. Das wollen wir sehen. Finde ich immer ganz geil bei den Top-Trainer-Boxen. Dass hier die Karten drin sind, dass man sich ein Bild davon machen kann, was denn alles so hier unseren tollen Sachen erwartet. Es ist ein recht kleines Set im Vergleich. Finde ich auch mal wieder ganz schön. Und da ist das, was wir wollen. Die mega geil designten Booster. Wie immer. Mega schön. Nehmen wir. Würfel und die Höhen, die können wir uns auch noch einmal kurz angucken. Geiles Design. Also ich finde Mewtwo, dieser strenge Blick. Ein bisschen Angst habe ich schon. So, Schadensmarken und unsere Energiekarten. Weg damit! Sind wir gespannt? Ja, wir sind es. Einfach mal öffnen, würde ich sagen. Wir fangen an mit dem ersten Booster. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was für schönes drin haben. So. Wir fangen an mit Bidiza. Oh nix. Bidifaz. Ein Meltan. Karpator. Funny. Äh, was bläht da jetzt schon wieder ab, Alter? Wir haben den ersten Booster läuft. Wir haben direkt das strahlende Tourtalk drin. Nehmen wir. Läuft. Oh, wunderschönes Arctos-Holo. Wow, eine Energiekarte. Okay. Ähm, sorry, ich bin grad ein bisschen overfordert. Ja. Legen wir mal hier hin. Okay, es geht wieder los. Und ja, ich liebe das noch. Keine Sorge. Eure Karten werden hier gut behandelt. So, wie ihr mitmacht, seht ihr übrigens am Ende des Videos. Das wird nochmal ausführlich beschrieben. Ist es cute oder ist es cute, dieses Evoli? Ich möchte auch mit ihm auf dem Sofa kuscheln. Ich möchte auch neben diesem Pikachu langgehen. Ich möchte dieses Schick hier haben. Äh, diese, das ist ja wohl mega schön. Hytera, Holo Reverse. Okay, es geht ab. Also, es ist ein Bisa-Floor in Holo. Ich würd mal sagen, wir haben jetzt einen Tourtalk. Bisa-Floor. Kein strahlendes, aber Bisa-Floor. Da kann jetzt eigentlich Blurak auch noch kommen, ne? Also, wir wollen hier keine halben Sachen machen, oder wie seht ihr das? Auf zum nächsten Booster. Ähm, ich muss gestehen, und das muss ich auch nochmal überprüfen, dass ich jetzt noch gar nicht auf dieses Ditto geachtet habe. Ob das irgendwo eine Ecke war. Ich werde es nochmal überprüfen. I'm sorry. Cool, Kater. Kommt weg. Wir haben, again, The Sweet Pikachu, Dussigur. Kurzerhal festgehalten. Ist halt cool, ne? Dass sie bei diesem Ghost-Set das halt auch entsprechend gemacht haben. Also, dieses Interaktive, wie mit der Handy-App quasi, ne? Dass das so ein bisschen computerdesignt ist, ne? Reislaus, Bisa-Sam. Also, unsere Entwicklungen haben wir voll. Shiggy, ein Holo Reverse Kamauk und ein wunderschönes Lapras in Holo. Das würde ich doch auch gerne sehen im Hafen. Glutex, so haben wir, Leute. Noch kein Glurak, aber Glutex, so haben wir, Leute. Oh, ich hab wieder nicht auf die Videos geachtet. Super bei mir, ne? So, weiter geht's. So, Bidica. Fangen wir gefühlt ständig mit an. Dussigur, Bisa-Sam again. It's Carpador again. Holo Reverse Lamos. Und ein ganz, ganz süßes Pikachu-Holo. Schöne Karte. Finde ich richtig schön. Ja. Gefällt mir. Stahlhaus, okay. Sieht irgendwie crazy aus. Schillock, auch die Evolution haben wir voll, Leute. Schön, schönes Design. Weiter geht's. Ich bin ein bisschen Feuer und Flamme, ne? Also, ich hab ein bisschen Bock. Ich würde euch gerne das Glurak ziehen. Dann natürlich wieder in meiner Kammer heulen, dass es nicht meins ist, aber ich geh. Ohnex, Evoli, Kamau, Alola, Radikal, Navitaub, Holo Rivers Lavados, sehr schön. Und ein Holo Felinara, also über unsere Holo-Ausbeute, ne? Ohne Scheiß können wir uns nicht beschweren. Ganz, ganz tolle Karten. Nochmal Glutexo, Pupita und Sweet Charnera. Weiter geht's. Ich verzichte jetzt mal auf den Satz mit dem Titel. So. Ich sag es euch, jeder Booster beginnt mit... Sag mal, komm raus hier. Beginnt mit Bidica. Sorry, aber können wir das mal counten? Schreibt mal in die Kommentare. Griffel, nochmal Bisasam, Dusselgur, Carpador, Holo Reverse Bidica und mega geil, wir haben Arctos, wir haben Zapdos in Holo. Das Set machen wir voll, Leute. Sanderbonbon, bestes Fasasnoop. Fun Fact, eines meiner Lieblings-Pokémon. Warum, fragt ihr euch jetzt? Weil, ohne Scheiß, ich feiere in Real Life Hardcore Fasane. Die laufen bei mir auf dem Dorf nämlich immer rum. Also, wenn ihr dann mit dem Auto unterwegs seid, take care, because sonst nie nagelt ihr die um. So, wir gehen ab mit Carpador. Kamau, wir wollen noch einen Glurak sehen, Leute. Evoli, Onyx. Das war's, das ist ein Hit. Radikal und Ratz-Ratz und wir haben Mel-Metall. Leute, wir geben Gas. Weiter geht's. Also, das ist doch mal hier eine schöne Ausbeute. Also, eine schöne Ausbeute für euch, auf jeden Fall. Das kannst du dich doch schon mal sehen lassen. Wir haben noch drei Booster. Oh, es ist ja grad die Geburtstag und Weihnachten wieder zusammen. Ich sag euch das. Das macht richtig Spaß. Ja, das bringt mir Spaß. Let's go. Bidifass. Wenn kein Biditzer, dann Bidifass, ne? Weberack. Wir haben Radfra. Mein Herz schmilzt bei diesem süßen Glumanda. Ist das so süß? Holowivers Lunarstein. Okay, wir haben noch einen Thor-Talk. Nicht das Streine, das war einfach schon hardcore zu Beginn. Aber in Holo. Und ganz ehrlich, mega geiles Artwork. Was geht ab bei diesen Karten? Ja, das wird auch noch gesleeved natürlich. Ich kann's gar nicht aushalten. Zwei Booster haben wir noch. Ich hab das Gefühl, das ist gut, was wir hier ziehen. So. Vorletzter. Fängt mit nem Glumanda an, Leute. Fängt mit nem Glumanda an. Glumanda. Meltan, Griffel, Bisa, Dusselgur, Holo-Reverse, Evoli und... Ja, ist schön auch, Holo und so, ne? Aber nicht, was wir wollten. Geiles Bisa-Klaus. Find ich schön. Das war ein schöner Booster. Wir hatten quasi alle Starter irgendwie enthalten, ne? Schön. Auf zum Letzten. Also, wenn hier jetzt noch was drin ist, ne? So. Navitao. Ganz süßes Lavita. Natu. Ambitifel. Oh, ich hab verkackt. Es ist Fleckmon. Der hier grade am Neckar seinen Schwanz reintaucht. Wie mir das aussieht. Holo wie bei Stahlos. Und... Wir haben noch nen Hit. Komm, gönn uns irgendwas Krasses. Es ist Meistergriff wie... Nicht das, was ich wollte. Aber es ist ne Wichtkarte. Jo. Ähm, ich würde mal sagen... Der Pokestop. Legendär natürlich. Das waren die Booster. Wir schauen uns jetzt noch mal aufbereitet und gesleeved die Ausbeute an. Hier einmal die aufbereitete Ausbeute. Ich meine, braucht man nicht kommentieren. Direkt strahlendes Tor-Talk. Dann haben wir die Promo-Mewtwo-Karte dabei. Wir haben zwei Wii-Karten gezogen. Was ich persönlich richtig toll an dieser Top-Trainerbox finde, beziehungsweise an unserer Ausbeute ist. Guck mal, wir haben die Evolution von Shiggy voll mit dem Tor-Talk hier, was richtig geil ist. Wir haben die Evolution von Bisa Samen voll mit dem Bisa Floor hier. Ja, wir haben leider nur Glumanda und Glutexo. Hier fehlt jemand. Aber dafür haben wir diese total süßen Karten, die halt absolut Pokémon-Go orientiert sind vom Artwork her. Und was mich auch sehr freut, wir haben einfach die Legendary Birds hier voll. Arctos, Zapdos, Lavados. Freut mich persönlich sehr. Tolle Pokémon. Die sind einfach geil. Werden niemals alt. Hier auch wieder ein schönes Pokémon-Go orientiertes Artwork. Wer wünscht sich nicht so neben seinem Pika herzugehen. Das hier auch ganz, ganz süß in Holo. Und dann das Felinara. Was außerdem halt echt cool ist, ist, dass wir dieses Crossover quasi haben zwischen Pokémon im Sammelkartenspiel und Pokémon Go, dem Mobile Game. Und ich habe die Codes jetzt hier mal verdeckt. Ja, habe ich. Hab geguckt nochmal. Schön ist halt für die Pokémon-Go-Spieler, die vielleicht jetzt ganz neu in dieses Sammelkartenspiel einsteigen, dass wir hier auch Belohnungen für Pokémon Go haben. Also wenn ihr die App habt, habt ihr hier auch noch was drin. Jetzt wollen wir aber dazu kommen, wie ihr euch diese schönen Karten einverleiben könnt. Das ist ganz einfach. Es gibt nur drei Bedingungen, wie ihr teilnehmen könnt. Und zwar erstens, folgt uns auf YouTube, wenn ihr es noch nicht tut. Zweitens, liked dieses Video. Drittens, kommentiert dieses Video. Schreibt doch einfach mal drunter, spielt ihr Pokémon Go oder seid ihr einfach Sammler? Würde mich mal brennend interessieren, denn bei dieser Edition habe ich schon so einige Leute hier gehabt, die eigentlich nur danach gefragt haben, weil sie Pokémon Go zocken. Also, lasst es mich wissen. Nehmt am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel endet am 31.07. quasi parallel zu unserem anderen Gewinnspiel, was ich auch nochmal unten in der Infobox reinschmeiße. Da geht es um ein 200 Euro Pokémon Go Giveaway. Don't miss it. Und in diesem Sinne, ich würde mal sagen, ich gehe wieder mit meinem Pikachu tanzen und verabschiede mich jetzt erstmal für den Moment. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, was auch immer ihr gerade tut. Bye-bye, euer LGS Lübeck! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.